Hi, hier ist Jan von den Droidern und ich zeige euch heute, wie ihr den Flashcounter im Download-Modus bei eurem Galaxy S3 mit Android 4.0 resetten könnt. Das Ganze funktioniert mit einer App namens TrencherAway. Die App benötigt Ruhezugriff und ja, als allererstes geht ihr mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und da kommen XDA-Formen raus. Hier sind wir dann auf dem Beitrag vom Chinefire über TrencherAway. Die App hat er entwickelt. Die App benötigt Ruhezugriff. Falls ihr noch keinen Ruhezugriff habt, werde ich hier nochmal meine Ruheanleitung verlinken. Hier werden wir jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass die App in den Bootloader schreibt und unser S3 bricken könnte. Brick heißt, ja, unser Handy ist nicht mehr zu benutzen. Also es ist, ja, wir können damit nichts mehr anfangen. Es geht nicht mehr an, es geht nicht mehr in den Download-Modus. Beim S3 gibt es ja soweit ich weiß bis jetzt noch kein USB-Check. Ja, gut. Jetzt fahren wir auf der Seite etwas weiter runter bis zum Download-Link hier. Hier können wir einmal hier auf TrencherAway Version 1.51.apk klicken oder hier klickt vor QR-Code. Dann könnt ihr mit eurem S3 den QR-Code scannen und die App wird direkt auf euer Handy geladen. Ist eigentlich am besten. Oder ihr geht einfach auf TrencherAway V1.51.apk und downloadet euch das und zieht euch das auf euer S3. Auf jeden Fall muss die Datei oder die APK auf eurem S3 sein. Und ja, dann schalte ich gleich mal auf meinen S3 um und dann werde ich euch zeigen, wie ihr die App installiert und wie ihr die anwendet. Also bis gleich, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, nun sind wir auf unserem Galaxy S3. Ich befinde mich gerade im Download-Modus, damit ich euch einmal zeigen kann, dass er bei mir gerade noch auf 2 steht und auf Custom ist, da ich Root-Zugriff drauf habe. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr den jetzt resetten könnt. Erstmal muss ich mein Handy neu starten und da warten wir jetzt einmal einen kleinen Moment ab. So, nun gehen wir als allererstes. Ich komme mal ein bisschen hier rum. Als allererstes gehen wir nun auf, oder in den Download-Ordner eher gesagt, also unter eigene Dateien. Oder halt in den Ordner, wo ihr die App TrencherAway hingeschoben habt. Bei mir ist das hier im Download-Ordner. So, dann geht ihr auf die App drauf. Oder auf die APK. Also bei mir kommt jetzt hier so eine Meldung, dass ich die schon installiert habe, die App. Einfach ignorieren. Jetzt gehen wir auf Installieren. Und jetzt können wir eigentlich auch schon direkt auf Öffnen gehen. Ja, die App braucht, wie schon gesagt, Root-Zugriff. Einfach bestätigen. Und jetzt überprüfen wir hier einmal, dass hier GTI 9300 steht. Und gehen dann auf Konto hin. No, thanks. Und jetzt gehen wir hier unten auf Reset Flash Counter. Gehen wir auf Country hin, also weiter. Warten wieder einen kleinen Moment. So, nun müssen wir einmal die Volume Up-Taste drücken. Machen wir einmal. Und ja, jetzt wurde der Flash Counter resettet. Jetzt können wir gleich nochmal in den Download-Modus gehen. Und gucken, ob der das auch wirklich getätigt hat. Und ja, wir warten jetzt nochmal kurz, bis das S3 wieder hochgefahren ist. Ich gebe kurz meinen Pin ein. So, jetzt gehen wir wieder in den Download-Modus. Und drücken die dafür bekannte Tastenkombination, Volume Up, Home Button und Power Button. Gehen auf, weiter. Und nun sehen wir hier oben einen Flash Counter, der überall auf Offiziell und auf No steht. Also, der Flash Counter wurde bei euch nun resettet. Ja, das war es denn eigentlich auch schon von dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ihr könnt uns natürlich auch noch gerne abonnieren, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Und in die Kommentare könnt ihr natürlich auch gerne noch reinschreiben, was wir als nächstes machen sollen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Jan, macht's gut. Ciao.